... 65,314 Prozent. Kölner-Score von Norte Werner, Jose Antonio Garcia Meni, 65,314 Prozent. Das nächste Paar im Merkel-Preis bleibt im Deutschlandstadion erschienen. Beim letzten Jahr das Siegerpaar im Grand Prix und Grand Prix-Spezial 4 bei CIO in Aachen. In der CIO vier Sterbentoren. Die Silbergeleite mit der Mannschaft bei den Olympischen Spielen in London und Mannschafts-Europameister im vergangenen Jahr sind Sie geworden. Aus Deutschland. Der gekürte Angebraner Ernst von Genier aus seiner Wolkenstein-Mutter des Geradus FRH und Christina Spree. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.